Hallo und herzlich willkommen bei Valuetek.de. Wir testen heute für euch das LG G7 Fit. Das ist ein Smartphone der oberen Mittelklasse mit einem hochauflösenden 6,1 Zoll Display, einem hochwertigen Glasgehäuse und das Ganze bekommt ihr für 399 Euro UVP. Kommen wir zum Lieferumfang. Da ist natürlich erstmal das LG G7 Fit selbst, was wir uns dann gleich noch näher ansehen werden. Dann haben wir hier ein paar kurze Hinweise und auch Garantiehinweise beigelegt. Hier sehr schön verpackt in einem kleinen Kartonchen sind die Headsets, die mitgeliefert werden zum LG G7 Fit. Dann haben wir hier diese kleine Spange, die benötigen wir um den Slot zu öffnen, wo wir Nano-SIM oder auch MicroSD-Karten einlegen können. Und natürlich haben wir hier noch ein Daten-Ladekabel dabei mit einem dazu passenden Adapter für die Steckdose. Dieses Daten- und Ladekabel hat übrigens eine USB-Typ-C-Schnittstelle. Das heißt, ihr könnt das LG G7 Fit auch relativ schnell aufladen. Anders als die meisten Smartphones dieser Preisklasse verfügt das LG G7 Fit über ein hochwertiges Glasgehäuse. Der Nachteil ist natürlich, dass hier auf der Rückseite Fingerabdrücke relativ schnell sichtbar sind. Wir haben hier auch den Fingerabdruckscanner. Dieser ist recht gut platziert, über einen Zentimeter entfernt von der Hauptkamera. Da gibt es keine Verwechslungsgefahr. Ansonsten, was mir auch gut gefallen hat, ist, dass wir doch ein relativ kompaktes Gehäuse haben, trotz des 6,1 Zoll großen Displays. Wir haben hier in der Höhe 153,2 Millimeter. In der Breite sind es 71,9 und die Bautiefe liegt bei schlanken 7,9 Millimetern. Auch das Gewicht geht in Ordnung mit 160 Gramm. Das absolute Highlight bei diesem Gerät ist natürlich das Display. Wie ich schon sagte, haben wir hier eine sehr hohe Auflösung, zumal für diese Preisklasse. Bei 6,1 Zoll in der Diagonalen haben wir hier 3.120 x 1.440 Pixeln. Das entspricht einer Pixeldichte von immerhin 563 ppi. Zum Einsatz kommt hier ein LCD Display mit einer maximalen Helligkeit von 1000 Nits. Das ist auch sehr ungewöhnlich für diese Preisklasse. Und was auch sehr schön ist, ist, dass wir das Smartphone in der Auflösung einstellen können zwischen drei verschiedenen Auflösungen, weil wir nicht unbedingt für jede Anwendung die allerhöchste Auflösung benötigen. Was ein bisschen schade ist, ist, dass wir hier doch relativ altes Android installiert haben, nämlich die Version 8.1. Wie es mit einem Update aussieht, konnte ich bis zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht herausfinden. Wir haben hier ansonsten auch von LG die eigene Benutzeroberfläche über Android gestillt. Das heißt, wir haben hier dieses große Wetterwidget und natürlich auch die Zeit inkludiert. Dann darüber hinaus, wie wir das auch von anderen Android-Betriebssystemen kennen, natürlich den Shortcut auf diverse Schnittstellen. Hier sind es sogar noch ein paar mehr bei dieser Benutzeroberfläche. Außerdem werden alle Apps beim LG G7 Fit auf den Homescreens platziert. Ihr könnt euch natürlich dann auch Ordner anlegen, wie das zum Beispiel hier beim Google Ordner schon vorgezeigt ist und so ein bisschen mehr Übersicht gewinnen. Zur Entriegelung verfügt das LG G7 Fit über den Fingerabdruckscanner, den ich euch ja schon gezeigt habe, der wirklich gut funktioniert. Alternativ haben wir hier die Möglichkeit, hier auch über eine Gesichtserkennung, das Smartphone zu entriegeln. Das funktioniert manchmal etwas hakelig, aber immerhin ist dieses Feature da. Der große Schwachpunkt des LG G7 Fit ist der fest verbaute Akku. Dieser hat eine Kapazität von nur 3000 mAh. Der Hersteller gibt hier bis zu 26 Stunden Sprechzeit an, bis zu 320 Stunden im Standby. In der Praxis kommen wir gerade mal so über den Tag mit dem LG G7 Fit. Als Prozessor kommt ein Qualcomm Snapdragon 821 zum Einsatz. Dieser Prozessor ist mit 2,35 GHz getaktet und wird unterstützt von 4 GB Arbeitsspeicher. Das ist also mehr als ausreichend. Manchmal habe ich aber auch kleine Wackler bei diesem Gerät hier gemerkt, zum Beispiel beim Spielen, wenn wir hier einen etwas wärmer gelaufenen Akku hatten. Wie wir sehen, die Benchmark-Testergebnisse sind relativ ordentlich mit rund 160.000 Punkten im Antutu Benchmark-Test in der Version 7. Aber auch die anderen Testergebnisse könnt ihr euch gerne noch näher ansehen in unserem ausführlichen Testbericht auf value-tech.de. Auf der oberen Gehäuseseite des LG G7 Fit verbirgt sich der Kartenslot, den wir mit der mitgelieferten Spange ganz leicht öffnen können. Wie wir sehen, haben wir hier gleich mehrere Plätze. Der eine Platz ist natürlich vorgegeben für eine Nano-SIM-Karte. Der zweite Platz ist entweder vorgesehen für eine Nano-SIM-Karte oder eine Speicherkarte im MicroSD, MicroSD-HC oder MicroSD-XC-Format. Die maximale Speicherkapazität ist 2 TB. Es gibt eigentlich auch gar keine Karten, die so groß sind. Wir haben ansonsten beim LG G7 Fit auch noch einen internen Speicher an Bord und dieser ist immerhin 32 GB groß. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenten in dieser Preisklasse hat das LG G7 Fit keine Dual-Kamera an Bord sind nur eine einfache Hauptkamera mit einer Auflösung von 16 Megapixeln und einer f2.2 Blende. Außerdem an Bord Autofokus, LED Blitz und natürlich High Dynamic Range. Außerdem haben wir noch auf der Vorderseite eine Kamera. Diese löst mit bis zu 8 Megapixeln auf eine f1.9 Blende. Beide Kameras verfügen übrigens über Google Lens, also die Augmented Reality-Funktion von Google und auch eine Augmented Intelligence Cam. Gut gefallen hat mir auch der Sound des LG G7 Fit. Wir haben hier, wie gesagt, recht gute Stereo-Kopfhörer mit an Bord. Außerdem hier auf der oberen Seite, oberhalb des Displays platziert, ein Lautsprecher. Der zweite Lautsprecher verbirgt sich hier auf der Unterseite des LG G7 Fit. Beide haben einen recht kräftigen Stereo-Klang und können locker in dieser Preisklasse mithalten. Via LTE ist das LG G7 Fit Rasenständ unterwegs und zwar auf beiden Karten, wenn man zwei Karten einlegt. Man muss halt nur auswählen, welche man für die Datenempfang nutzen möchte. Wir haben im Download bis zu 1,2 Gigabit pro Sekunde und im Upload bis zu 100 Megabit pro Sekunde, also mehr als ausreichend. Außerdem ist auch schnelles WLAN-AC an Bord. Wenn wir in der Praxis unterwegs sind, hier mit dem Speedtest von U-Klar, haben wir natürlich nicht ganz so hohe Werte. Das ist jetzt hier eine Karte von Vodafone und wir testen das Ganze im 4G Netz hier in Düsseldorf. Wie wir sehen, habe ich jetzt gerade Indoor so 56 im Download geschafft und ungefähr 10 im Upload. Wir hatten aber auch schon ein paar bessere Testergebnisse, nämlich rund 127 Megabit pro Sekunde im Download und im Upload immerhin um die 60. Kommen wir zum Fazit. Was hat mir gut gefallen beim LG G7 Fit? Das ist natürlich zum einen eine gute Sprachenempfangsqualität, optional Dual-SIM. Dann haben wir hier ein wirklich hochauflösendes Display mit immer bis zu 3.120 x 1.440 Pixeln. Das macht gerade beim Spielen großen Spaß. Eine Sonderstellung nimmt dieses Gerät auch wegen der Verarbeitungsqualität ein in der oberen Mittelklasse. Wir haben hier immerhin ein Glasgehäuse an Bord. Viele andere haben wir da eher nur Aluminium oder meinetwegen auch Polycarbonat. Dann auch ein weiteres Highlight ist der Sound bei diesem Gerät mit zwei Lautsprechern und wirklich guten Headsets, die mitgeliefert sind und der Prozessor ist nominell recht schnell unterwegs. Manchmal neigt er jedoch zu leichten Wackelern. Der Schwachpunkt des LG G7 Fit ist eindeutig der Akku. Wir haben hier eine Kapazität von nur 3.000 mAh, kommen gerade so über den Tag. Vor allem natürlich auch wenig, wenn man bedenkt, dass wir eine hohe Auflösung haben und auch ein relativ helles Display. Andererseits haben wir auch nur eine einfache Hauptkamera an Bord. Es ist also schade, dass wir keine Bokehaufnahmen machen können, auch wenn die Qualität der Bilder mir recht gut gefallen hat. Und natürlich zu guter Letzt ist noch zu kritisieren das relativ veraltete Android-Betriebssystem. Kommen wir noch kurz zu den Preisen. Die UVP des LG G7 Fit liegt wie gesagt bei 399 Euro. Im Internet bekommt ihr dieses Gerät schon für knapp 205 Euro. Das ist natürlich ein richtig gutes Angebot bei dem, was hier geboten wird. Außerdem noch ein kleines Wort zu den Konkurrenten. Hier wäre zu nennen zum Beispiel das Huawei P10 Plus, was ebenfalls auf Android läuft.